Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich habe eine Kleinigkeit vor und zwar habe ich hier eine Banane, die aussieht wie eine Zucchini. Das täuscht. Und da werde ich jetzt kurz was draufschreiben. Und zwar habe ich hier Klebeband. So. Liebe, Grüße, vom... Oh, das hier nicht so gut schreiben, ne? Willi. Ausrufezeichen. So. Das Ding werde ich jetzt losdonnern und ich hoffe, das kommt an und nämlich der Sivi. Wir hatten gestern einen Live-Chat auf Instagram und da habe ich Sivi da schon angedroht, dass ich ihm heute eine Banane, ich habe aber keine hier, deshalb diese Gurkenzucchini-Banane, die werde ich jetzt zum Sivi einmal losdonnern und ich hoffe, die kommt an. Solltet ihr zwischendurch irgendwo bei euch zwischenlanden und ihr kriegt ihren Kopf, macht euch nichts draus. Einfach nehmen, weiter Richtung Sivi werfen, okay? Alles klar, bis dennne. Euer Feuerwehr Willi. Oh, Leute, ist das ein schöner Sonntag. Aber ich muss mal irgendwie mal lüften hier. Hier ist eine schlechte Luft drin. Das ist alles echt nicht mehr zu glauben hier. Lieben Gruß von Willi. Aber hat der nicht eigentlich eine Banane losgeworfen? Hatten wir nicht über eine Banane gesprochen? Das Ding ist ja schon völlig vergammelt und grün hier. Ist ja unglaublich, Alter. Ja, ihr wisst, so sieht der Feuerwehr-Willi-Helm aus und also mir gefällt er richtig gut. Und er ist auch super gequem, wenn man ihn aufsetzt. Die Schutzfunktion ist natürlich hervorragend. Ich mach ihn mal zu. Und man hat hier so ein integriertes Schutzvisier. Super Teil. Kann ich... Ei, Sivi! Mann, gut, dass ich die Mütze aufhatte. Fröntchen, darüber reden wir noch. Darüber reden wir noch. Ich hab das Ding voll an die Rübe gekriegt, Mann. Entschuldigung. Oh, das tat weh. Willi, du alter Spacken, Mann. Die Gurke ist viel. Das ist eine Banane. Die war nur maggeen. Die war so lange in der Webster aus Niedersachsen hier rüber nach Ratzeburg. Die ist so lange geflogen. Da ist sie auf dem Weg einfach mal verfault. Deswegen ist sie grün. Alter. Achso, warte. Ich hab das Ding ja schon wieder zurückgeworfen. Also, Willi, ne? Ich bin mal gespannt, ob das Teil bei dir nochmal ankommt, ne? Mein Freund. Bin mal gespannt, o.